Herzlich willkommen zur Vorstellung unseres museumspädagogischen Angebotes Ausgetrickst, die große Show der Illusionen auf Schloss Augustusburg. Dabei nehmen wir Sie und Ihre Schüler mit in unsere aktuelle Sonderausstellung Ausgetrickst. Die Ausstellung läuft noch bis Februar 2021. Bis dahin haben Sie Zeit, dieses Angebot mit Ihrer Klasse wahrzunehmen. Die Ausstellung nimmt uns mit auf eine Reise durch die Welt der optischen Täuschungen. Daher auch der Name Ausgetrickst, denn wir lassen uns hier gewaltig aufs Glatteis führen und hinterlistig austricksen. Um zu verstehen, wie die Täuschungen funktionieren, gibt es auf dem interaktiven Rundgang altersgerechte Informationen zum Zusammenspiel unserer Sinne und des Gehirns. Diese Vorgänge kann man durch optische Täuschungen wunderbar nachvollziehen und damit die Funktionsweise unseres Auges veranschaulichen. Dabei lernen Sie und Ihre Schüler die Anfänge der Wahrnehmungsforschung kennen, sehen Malereien, die täuschend echt wirken und erkunden neueste Technik. Und das Tolle in der Ausstellung ist, Ihre Schüler können vieles selbst ausprobieren, denn es gibt zahlreiche Mitmachstationen, bei denen sie sich aktiv einbringen können. Ein weiteres Highlight für Ihre Schüler ist die Erkundung neuster, innovativer Technik. Bei uns erleben Sie Augmented und Virtual Reality hautnah. Bei der Augmented Reality beispielsweise werden Bilder mithilfe einer App zum Leben erweckt. Entweder laden Sie und die Schüler sich die App bereits vor Ihrem Besuch herunter oder direkt in der Ausstellung. Oder Sie nutzen unsere zur Verfügung gestellten Tablets. Zum Abschluss folgt ein Kreativteil, bei dem die Schüler, natürlich angepasst an die Klassenstufe, ihre eigene optische Täuschung anfertigen und mit nach Hause nehmen können. Das alles und weitere spannende Überraschungen bekommen Sie in unserem Angebot ausgetrickst. Gern richten wir uns nach Ihrem Zeitplan und bieten individuelle Termine an. Das Angebot kostet 4,50 Euro pro Schüler und dauert rund anderthalb Stunden. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, uns mit Ihrer Klasse besuchen zu kommen, finden Sie weitere Informationen auf unserer Homepage oder Sie lassen sich direkt von unserem Gästeservice oder den Museumspädagogen beraten. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!